Ah, Mann! Da fällt das Tor. Erst gut gehalten von Freisel und dann... ...haut der das mit dem Kopf rein. Mein Gott. 1 zu 0 Darmstadt, Leute. 10 Minuten. Das war abzusehen. Salazar mit der Flanke. Ja! Terodde! Und da sind wir direkt zurück, Leute. Da sind wir zurück. Yes! Terodde, den hier, Leute. Den hier. Zack! Ja, unsere Lebensversicherung bringt uns da natürlich zurück. Und erst habe ich gedacht, Latza, der macht das zu langsam. Aber dann Salazar, perfekte Flanke auf Terodde. Beziehungsweise auf Bülter, der verlängert den Ball. Bülter auch mal wieder mit einem Assist. Und Terodde steht da, wo er zu stehen hat. Sauberes Ding. Und jetzt sind wir da. Und das ist natürlich jetzt auch psychologisch sehr, sehr gut. So, Salazar jetzt mit Platz. Ein Chipball auf Terodde. Uuuuuh! Terodde mit der Führung, Leute. 2 zu 0. 2 zu 1. Sorry. Hier, Leute. Terodde mit dem Führungstreffer für uns. Und was ein guter Chipball von Salazar. Wie stark war das denn gemacht? Jetzt der Abstand. Der Abstand wird größer. Der Abstand wird größer. So, wir sind da sehr, sehr gut auf dem ersten Platz. Befestigen wir uns da. Und boah, Terodde. Alter, das war kaum eine Chance, ne? Wie der den da macht. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Das war ja keine 100-prozentige. Das war so vom Elfmeterpunkt mit einem Gegenspieler. Und das war keine Flanke, sondern ein hoher Chipball. Köpft er in ein Tor rein. Köpft er in ein Tor rein. Was für eine Qualität hat der denn? Fassen. Darmstadt kommt über rechts. Keiner geht drauf. Und die machen das 2 zu 2, Leute. Wieso verteidigt da kein Schwein? Mein Gott, ey. Wieso lass... Boah, alles war so perfekt. Spielen die da den Ball raus. Und keiner geht drauf. So billig. So billig. Wieder mal Tristiani. Mann. Junge. Tu den raus, bitte. Hau den raus. Boah, der Junge hat kein... Sorry, dass ich jetzt so persönlich werde. Aber der hat keine Daseinsberechtigung. Gerade in der Elf. Jede Aktion von ihm scheiße. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Was macht der Typ? Schon im letzten Spiel. Wieso stellt Büskins den auf? Kein Plan. Jetzt 2 zu 2. Drexler sehr, sehr gut. Drexler. Böter ist auch. Böter hat Platz. Böter mit der... Ja! Böter! Yes! 3 zu 1. Boah, ich dachte schon. Was macht der Junge da? Was macht der Junge da? Nimmt das Tempo raus. Und macht das dann in Arjen Rotmani. Und wir führen jetzt einfach mal. 3 zu 2. Was ist das für ein komisches Spiel hier? Was ist das für ein komisches Spiel hier? Drexler mit der nächsten Vorlage. Und Böter jetzt auch. Ein Tor und ein Assist. Mann, ist das geil. Ein geiles Spiel hier. Tor. 3 zu 3. Freisel, was machst du da? Geh doch raus. Hol dir den Ball. Aber boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Wird zurückgepfiffen. Mein Gott. Was ist das für ein Spiel hier? Und Böter, Böter, Böter. Ja! 4 zu 2. Direkt im Anschluss. Leute, was ist das für ein Spiel? 4 zu 2. Und jetzt brauchen wir nicht mehr zu zittern. Aber in dem Spiel weißt du sowieso nicht. Aber 4 zu 2. Vier Tore gesehen. Mann, ist das geil. Mann, ist das geil. Böter mit dem Doppelpack. Terrotte Doppelpack. Böter Doppelpack. Hammer. War sehr gut gemacht. Hat Platz. Ja! Böter mit dem Hattrick. 3 Tore gemacht. Mann, war das gut. Aus Spitzenwinkel haut er den in die Ecke rein. Sehr geil gemacht. Böter. Erster richtig gut durchgetankt. Und jetzt den Treffer erzielt. Mega. Was macht der auch für ein super Spiel? Terrotte mit der Vorarbeit. Sehr geil gemacht. Lässt er den ersten stehen. Und dann richtiger Schlitzuhr da in die Ecke rein gehauen. Richtig gut. Geil gemacht. Böter. Geil gemacht. Wir sind überraschert. Untertitelung des ZDF, 2020